Einen wunderschönen guten Tag zusammen. New KSM Anime hat uns von Filme.de diese wunderschöne DVD-Box zur Verfügung gestellt. Und zwar, darin befindet sich die komplette Serie Tsuki Ka Kirai. Diese möchten wir euch gerne in einem kleinen Unboxing-Video vorstellen. Zuallererst, ganz wichtig, das FSK-Label ist leider geprägt, somit lässt sich das nicht entfernen. Hinten ein wunderschönes Design. Verpackt ist das Ganze mit einem Pappschuber. Dieser Pappschuber ist leider recht dünn geraten und flatterig. Das heißt, wenn man später wieder einpackt, ist das Ganze nicht so einfach. Innerhalb dieses Pappschubers ist noch ein dickerer Pappschuber. Darin befinden sich die drei DVDs in jeweils drei Collector-Books. Diese sind durchnummeriert. Auf der Hülle befindet sich nochmal das FSK-Kennzeichen, aber zum Glück ist es diesmal ein Aufkleber, das man abknüppeln kann. Wir lassen das mal, um die Hülle nicht zu beschädigen. Hinten befindet sich nochmal ein Label mit Informationen, aber in etwas anderem Design. Man kann dieses ebenfalls entfernen. Das geht sogar recht einfach, ohne die Hülle zu beschädigen, aber wir lassen das jetzt erstmal dran. Nun kommen wir zum Inhalt. Kommen wir zur Collector's Book Nummer 1. Hier schön durchnummeriert. Dieses befindet sich in einem Pappschuber. Vorsicht beim Pappschuber. Hier ist eine kleine Kante. Das heißt, das Einpacken wird auch ebenfalls nicht so einfach. Dieses Collector's Book hat ein sehr schönes Artwork. Hier befindet sich die erste DVD mit den ersten vier Episoden. Innerhalb dieser Collector's Book findet man ein Episodenguide. Schön bebildert. Und jeder Menge Informationen. Dann kommt eine Postkarte. Im selben Artwork wie das Collector's Book. Und, oh, Werbung. Also, wenn man die Serie durch hat, kann man sich direkt was Neues aussuchen. Vielleicht ist ja was Interessantes dabei. Dann packen wir erstmal wieder ein. Und wie man sieht, man bleibt direkt hin. Und jetzt mal von der anderen Seite. Und zack, es geht. Kommen wir zur Collector's Book Nummer 2. Ebenfalls in einem Pappschuber. Aber wir kriegen hier ein anderes Artwork, welches sehr schön anzuschauen ist. Auf der zweiten DVD befinden sich viereinhalb Folgen. Ja, es gibt noch eine kleine Zwischenfolge. Hier haben wir wieder das obligatorische Episodenguide. Und natürlich die anderen Episoden. Nicht nochmal dasselbe. Mit anderen Bildern und anderen Informationen. Dann eine Postkarte. Wieder mit dem selben Design der Hülle. Und, was haben wir hier Schönes? Ah, ein Poster. Und zwar im DIN A4 Format. Ein Hochglanzfoto. Kann man sich wunderbar einrahmen. Und geht nicht so schnell kaputt. Also ist kein billiges Papier. Ich pack das hier ein. Und nun kommen wir zur Collector's Book Nummer 3. Wieder im Plastikschuber. Wieder in einem anderen Artwork. Und mit den restlichen vier Folgen. Was haben wir hier? Ah, noch ein Episodenguide. Dann haben wir alle Episodenguides vollständig. Wieder mit anderen Bildern. Wieder mit mehr Informationen. Und die obligatorische Postkarte. Im selben Design wie die Hülle. Und, hm, das war's. Das hier einzupacken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Einmal. Äh. Da. Das war sie, mein Unboxing-Video zu Tsukikas Kirai. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder. Dankeschön!